Angela Merkel tritt noch einmal an. In unsicheren Zeiten, wie sie sagt. In Zeiten, in denen sich rechts von der Union einiges versammelt hat, um Merkels Regierung hinweg zu fegen, würden andere sagen. Die Kanzlerin will dem Sturm trotzen. Dabei hat ihre Politik den Populisten einigen Aufwind gegeben. Unsere Autoren mit einer kritischen Bilanz. In elf Jahren Kanzlerschaft war sie nie so wichtig wie heute. So lautet die Botschaft aus den USA. Angela Merkel, die Führerin der freien Welt, titelt die Washington Post. Die Welt braucht Merkel, wirbt der scheidende US-Präsident Barack Obama bei seinem Abschiedsbesuch in Berlin. Wenn ich hier leben würde und Deutscher wäre, würde ich sie wählen. Drei Tage später verkündet Angela Merkel, was alle ahnten. Sie will Kanzlerin bleiben. Die Botschaft, Deutschland braucht sie. In Zeiten, in denen die Menschen, so ist mir von sehr vielen gesagt worden, wenig Verständnis hätten, wenn ich jetzt nicht noch einmal meine ganze Erfahrung und das, was mir an Gaben und Talenten gegeben ist, in die Waagschale werfen würde, um meinen Dienst für Deutschland zu tun. Tatsächlich ist Angela Merkel in der CDU alternativlos. Charismatische Führungspersonen lässt sie neben sich nicht zu. Die ärgsten konservativen Konkurrenten hat sie vor langer Zeit verdrängt. Roland Koch und Friedrich Merz. Beide gaben entnervt auf. Leipziger Parteitag der CDU 2003. Angela Merkel war Oppositionsführerin, stand für Aufbruch und Reformen. Sie wollte mit der CDU Deutschland verändern. Entweder wir, die Deutschen, werden vom Wandel überrollt, oder aber wir schaffen es, den Wandel zu gestalten. Das genau ist die Alternative. Und liebe Freunde, ich will, dass die Union den Wandel gestaltet. Angela Merkel plante radikale Reformen bei Kranken- und Rentenversicherung. Ein neues Steuersystem. 2005 wurde sie Bundeskanzlerin. Umgesetzt hat sie von all den Reformplänen nichts. Das hervorragende Merkmal ihres Politikstils war dieser Merkelismus, den man früher so als Durchwursteln bezeichnet hat. Dass man Probleme, wenn sie auf einen zukommen, versucht zu lösen, Schritt für Schritt, aber eben ohne, dass man eine große positive Zukunftsvision hat, die man den Leuten vermitteln kann. Die Bilanz von Merkels Durchwursteln in der Arbeitswelt Einerseits viel weniger Arbeitslose. Andererseits arbeitet heute jeder Vierte im Niedriglohnbereich. Immer mehr dieser Billiglöhner wissen, dass ihre Rente später nur zum Armsein reicht. Für die ist das Problem, dass sie sehr, sehr verunsichert sind, was die Zukunft bringt. Wir haben Umfragedaten, die zeigen, dass die Verunsicherung der Leute, dass die Tatsache zu sagen, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, und was alles Schlechte noch kommt, dass das dramatisch gestiegen ist. Weil die Absicherung durch Kapital, auch durch Erbschaften eine gewisse Schicht eher saturiert hat, aber eine andere Schicht, die durch Arbeit kaum mehr sich ernähren kann, manchmal ja zwei, drei Jobs gerade zum Überleben reichen, eine neue Spaltung bedeutet. Zur Spaltung kommt Wut. So wie bei der Bankenrettung. Überall wird gespart, doch dann ist plötzlich genügend Geld da. Die Bundesregierung sagt am heutigen Tag, dass wir nicht zulassen werden, dass die Schieflage eines Finanzinstituts zu einer Schieflage des gesamten Systems wird. Wir sagen außerdem, dass diejenigen, die unverantwortliche Geschäfte gemacht haben, zur Verantwortung gezogen werden. Dafür wird die Bundesregierung sorgen. Das sind wir auch den Steuerzahlern in Deutschland schuldig. Tatsächlich wurde bislang ein einziger Bankenvorstand in Deutschland verurteilt. Dagegen stehen alle Steuerzahler für die Bankenrettung gerade mit 225 Mrd. Euro, so die aktuelle Zahl der Bundesbank. Es geht nicht gerecht zu. Dieses Gefühl verstärkt sich bei vielen Menschen spätestens seit der Flüchtlingskrise. Früher hatte Angela Merkel dazu eine strikte Haltung. Wie empfinden Menschen ihr persönliches Leben? Glauben Sie, dass es gerecht zugeht? Und da muss man natürlich darüber sprechen, dass es den Missbrauch des Asylrechts gibt. Da muss man natürlich sagen, die Folge kann nur sein, Steuerung und Begrenzung von Zuwanderung. Alles andere wird keine Akzeptanz in der Bevölkerung finden. Und deshalb kämpfen wir dafür ganz hart und ganz entschieden. Zwölf Jahre später öffnet Angela Merkel als Bundeskanzlerin die Grenzen für den Flüchtlingsstrom aus Ungarn, um eine humanitäre Katastrophe abzuwenden. Jahrelang hat die Kanzlerin ihre europäischen Partner mit der Flüchtlingskrise alleingelassen. Die winken die Flüchtlinge jetzt einfach durch. Wir wollen nach Deutschland, weil unsere Mutter ist Merkel. Merkel ist die Mutter der Armen, Mutter der Asylsuchenden, der Flüchtlinge. Sie ist die Einzige, die sich um uns kümmert. Sonst keiner. Deshalb gehen wir nach Deutschland. Der Protest bricht sich Bahn. Viele Menschen fühlen sich von Merkel verraten. Die AfD gewinnt bei allen Wahlen. Die CDU verliert bei allen Wahlen. Angela Merkel wird zum Feindbild, zum Inbegriff für die da oben. Angela Merkel hat maßgeblich zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen. Durch sie ist auch die AfD so erstarkt, wie sie gegenwärtig ist. Die AfD wird natürlich dank Merkel mobilisieren. Das ist eindeutig. Keiner hat sich so gefreut wie die AfD. Und die Kanzlerkandidatin? Hat auf die AfD bisher keine konkrete Antwort. Kann ich etwas tun für den Zusammenhalt in einer so polarisierten Gesellschaft? Und da glaube ich, dass ich sowohl von der Tonalität etwas tun kann. Wir wollen nicht hassen uns gegenseitig, sondern wir wollen miteinander diskutieren, wie Demokraten diskutieren. Und ich glaube auch, dass ich in der Sache gute Argumente habe. Und Wahlkämpfe sind ja auch Möglichkeiten, mehr mit den Menschen darüber zu sprechen. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwer werden wird, für sie als Person die Gesellschaft wieder zusammenzuführen. Weil sie ja sozusagen Hauptgrund der Spaltung war. Eine Kanzlerkandidatin Merkel, für die CDU offenbar alternativlos. Für viele Protestwähler, so viel steht fest, eine Reizfigur.